So Katze, bitte einmal in die Ecke legen und nicht nerven jetzt. Wir spielen Promo. Glückskatze ist nämlich auch dabei. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie gerade seht. Ich schnapp mir nur schnell mein Trinken, damit sie das nicht kaputt machen tut. Dich hab ich! Dich hab ich! Naja, okay, wir haben dich nicht. War ein Scherz. Aber wir können so tun, als ob... Aua. Ach, schade. Sehr schade. What the fuck? I run away. I run away. Ich mein... Wie soll man sich mit solchem Englisch... Nicht sein Englisch versauen? I run away. Ich renne dir auch gleich die Hütte ein, ey. Aber nicht positiv. Nicht positiv gemeint. Echt nicht. Echt nicht positiv gemeint. Jetzt sterbe ich ja auch gleich noch. Kannst du da blöd draufhauen? Dankeschön. Du hast nur Autotext. Die hat nur Autotext. Das ist jetzt eigentlich keine... Kein Grund zur Sorge. Schade. Irgendwas hab ich da doch schon wieder. So muss das doch. Jetzt sollten wir gehen. Ich hab was. Kann dir jetzt leider nicht weiterhelfen. Sorry. Tut mir leid, Wayne. Ich hätte dir gerne mehr geholfen. Ich hab aber nichts mehr. Achtung. 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 Du, 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 du. Ich finde mein Barrier... Ich muss meinen Sohn hier erst fertig bauen. Dringend! Ah! Nichts bekommen, Mia! Verdammte Abzogge hier! Ultet der gleich. Der sieht so aus, als ob er gleich ulten wollen würde. Der sieht so aus, als ob er gleich ulten wollen würde. Oh Gott. No, no, no! I'm out of range! You can't! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, thank you! Da wurde mir kurz anders. Tyra. Ich verstehe das schon. Ich verstehe genau, was du sagen willst. Tyra. Das verstehe ich. Den schnapp ich mir, den Kill! Kein Problem. Oh Gott. Ah! Oh, das war nicht so schön. Ich wollte nicht sterben. Aber plötzlich war es so. Tja. Ich will das gar nicht. Geh weg, ich spüle Promo. Puhi. Ja, ich sehe, wie rot die ist. Kusch, kusch, kusch. Kusch, 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 kusch. Kusch, 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 kusch. Oh, schön. Ah, er hat aufgehört. Ich möchte... Ah, Black Sheel ihn! Also, nochmal viel... Wo kommt denn der Jarwin her? Sag mal einer, schau. Jarwin, wo kommst du denn her? Komm zurück! Ich will dich! Na, bleib, wo du bist. Dann halt nicht. Na gut. Ich habe ihn nur fast gekriegt, aber das ist eh besser so. Ich hätte mein Binding-Blatt aufheben sollen. So ein Binding nicht aufheben, ist nicht so smart. Ich will raus hier, es tut weh. Ey, lass meine Worte in Frieden. Du Karotte, du. Ich bin hier schon wieder nicht in... In einer Situation, in der ich nicht sein möchte. Oh Gott, ich bin ein Fieder. Meanwhile, Team is watching. Nein, die konnten nicht viel machen. Trotzdem, Meanwhile, Team is watching. Wie wäre es mit einem Baron, Freunde? Was halten wir davon? Meanwhile, Wayne. 1v1 gegen den Ezreal. Ich glaube, sie wollte ihn diven. Na gut. Kein Baron mehr. Ich habe das nicht gesehen, dass wir Surrender voted haben. Das ist mein erstes Provo-Game gewesen. Juhu. Wir haben das erste Game gewonnen. Sind nur noch zwei, die ich verlieren kann. Oh Gott. Nein, wir gewinnen das natürlich. Ganz klar. Amen. Was sonst? Starkiller, danke schön dafür. Oha, ich habe Angst vor Pärten. Starkiller. Eigentlich musst du keine Angst vor Pferden haben, sondern vor Menschen. Pferde sind nicht schlimm. Menschen. Menschen sind eigentlich die schlimmste Spezies. Ich war auch kleiner, als ich das gehört habe. Okay. Ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, dafür hat es sich gelohnt zu flashen. Lul! Wir haben beide bekommen. Good job! Dafür hat es sich definitiv gelohnt zu flashen. Bonbons oder so waren das? Bonbons? Echt? Echt? So. Guck einer an. Mit dem Q hat sie nicht gerechnet. Das kam wie ein Geister-Q aus dem Turret. Ich kniete den jetzt. So nämlich. Jetzt wird ignited. Ach! Hat der also auch dabei? Ja, ja. Schon okay. Super. Oh Gott. Jetzt aber weg hier, Freunde. Jetzt. Irgendwann reicht's. Irgendwann ist Schluss mit lustig. So. So schnell kann das gehen, du. Okay. Du, 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 du. Oh nein, so traurig. Ich hätte ihn schilden sollen. Hat er gut gemacht. Hat er tatsächlich gut gemacht, der Fresh. Wippie. So. Ich werde dann hier 4000 Gold und wann auch nicht einkaufen. Wer ist das? Wer ist ein solcher Lümmelpeter? Ich will das nicht. Es geht um mein Leben. Da kann ich beinden, du. Wie ein großer. Ich glaube, mit Funnel macht man Single Target. Wir könnten es testen. Ich bräuchte nur jemanden, der mit mir kommt. Ah. LOL. Brummel ist durch. Ah. Juhu. Platin 3. Incoming. Continue. Oh Gott, es dauert jetzt wieder Ewigkeiten, bis es... Oh. Oh, habe ich nicht gesagt. Dauert doch nicht so lang. Ich on the end, Draven. Nice. You were promoted. Juhu. Ich habe jetzt ein Krönchen ab im Kopf. Schön. Nice. 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 Bperaulighous. Nice. Bye. Was ist das? Weised sie eventuell. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.